Ich werde mir jetzt mal einen Kaffee holen und ich zeige euch mal einen Freund von mir. Hat hier vorne ein leckeres Kaffee? Da gehen wir jetzt mal hin. So, nur noch wenige Meter. Wir sind jetzt hier. Ich zeige euch mal, was lang geht. Wir laufen quasi jetzt hier lang. Hier ist das Stream-Teil. Dann laufen wir weiter und dann kommen wir gleich zu Ugi's Café. So, jetzt bin ich in Ugi's Café und wir werden jetzt einen leckeren, leckeren Phone-Man-Spezial bestellen. Mmm, seid gespannt, meine Damen und Herren. Hier gucken wir raus. Guck mal, Ugi. Direkt auf die Zeit. Geil. Das ist wie Hollywood. Hier habe ich meinen Lenkring-Kaffee. Ugi's Café, Zeil Nummer 23.